Musik Weißt du noch, was bisher geschah? Bei was? Na, bei der Weihnachtsgeschichte, Lieschen. Na klar! Der König Augustus lässt eine Volkszählung durchführen. Und deshalb mussten Jusuf und Maria nach Bethlehem reisen. Doch Maria war hochschwanger. Und wir mussten sie eine Zwangspause einlegen in einen Stall, da sie keine Herberge fanden. Und dort gebar Maria dann ihr Kind. Das ist langweilig. Ja. Komm, 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 komm. Hey, Riese auf Erden, den Menschen und die Gute ist. Halleluja! 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 Halleluja Liebes Lieschen, erfährst du nächsten Sonntag. Halleluja!